Ja, ein bisschen Glowstone werden wir schon brauchen, aber nicht so viel wie für die Bahnschienen. Aber ich will erstmal die Bahnschienen fertig machen. Das ist das Projekt, was ich dieses Mal fertig machen will. Wenn es vom Glowstone nicht reicht, schreibe ich einfach auf Höllentour und Glowstone besorgen und sowas. Für die nächste Aufnahme, weil ich muss mir das ein bisschen aufschreiben mit. Aufschreiben ist immer gut fürs Gedächtnis. Kommt momentan nichts raus irgendwo. Euer neues Ding mit Glasscheiben. Ihr könnt viel mehr sehen von der Welt. Schaust du mich so ein... Ich werde so ein Sitz angeschaut. Oh oh. Habe ich was falsch gemacht? Fällt euch das nicht? Ich habe meiner Freundin gerade... Anscheinend mögen die Zaun mehr. Die Schweine, denen gefällt es, die gucken immer schön raus, so wie es ausschaut. Ich habe meiner Freundin gestern ein Video geschickt. Weil wenn sie Kerze anzündet, verbrennt sie sich gern. Also sie... Schon wieder so viele Eier. Sie verbrennt sich ziemlich gern. Wenn sie eine Kerze anzündet. Ich glaube fast, wir werden alle Hühner töten. Was wir jetzt an Eiern hier eingesammelt haben. Reicht erst einmal wieder ein Stück. Ja, das reicht. Erst einmal ein Stück. Das müsste zum anfänglichen Aufforsten von den Hühnern wieder reichen. Vor allem Aufforsten. Ich Idiot. Wir gehen mal ins Haus. Es wird nicht wieder Nacht. Sowas baue ich nicht gern, wenn es Nacht ist. Ich mache ein Nickerchen. Ähm. Weil ein Creeper macht mir nicht nur das Gebäude kaputt, sondern auch die Tiere tot. Und da wir gerade wirklich kaum Tiere haben. Und ich echt mit den Tieren runtergehe. Weg. 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 Mit den Tieren gerade wirklich runtergehe. Und ich habe mich so gefreut, dass Nahrung ein wenig wegkommt. Und was ist? Wir haben immer mehr Nahrung. Immer mehr Nahrung. Immer mehr Nahrung. Zäune haben wir jetzt auch hier schon voll. Dann können wir hier auch vernichten. Und die Fackeln tun wir auch weg. Die Pfeile. Na ja. Wartet mal kurz. Wartet kurz. Ich habe was in der Nase. Jetzt ist es weg. Kennt ihr das, wenn man niesen muss? Aber nicht niesen kann? Das hatte ich gerade. Oh, das ist ein blödes Gefühl. Echt ein blödes Gefühl. Ich habe eigentlich gehofft, dass sich die Schweine etwas verteilen. Wie kommst du daher? Die Schweine, die Schafe etwas verteilen. Dem war anscheinend nicht so der Fall. Hau ab. Ups. Ey, hier zubauen ist auch blöd, weil die kommen ja durch. Ihr seid zwei hoch, oder? Lass mich in Ruhe. Genau da, wo ich keins hinsetzen wollte, habe ich außerdem eins hin platziert. Aber es schaut doch jetzt gut aus. Dürfte jetzt eigentlich nichts mehr rein oder rauskommen? Ist ja eigentlich urscht mit wem, was sich denn das Glas kaputt macht. Kann ich auch mit der Faust hauen. Beleuchtung kriegt ihr noch? So. Schafe. Beleuchtung kriegt ihr noch. Versprochen. Und Fresschen. Und Fresschen, naja. Muss ich sowieso machen. Muss ich opfern. ein bisschen. Muss ich halt, wenn die Felder halt hätten, nicht so schnell voll. Was läuft denn da hinten rum? Oh Gott, Katze. Das mich gerade erschreckt. Ist das ein Krüper? Ne, da. Da versteckt sich ein Skelett, oder? Ja, das ist ein Skelett. Jetzt haben wir wieder so viele Hühne, äh, Eier. Wir haben wieder viele Eier. Rein theoretisch müsste ich rechnerisch pro Stack zwei. Zwei Hühner rausgehen. Nein, zwei, vier, sechs, acht, zehn. Naja, sagen wir mal knapp zwölf Hühner. Müsste reichen. Zum Aufbauen wieder. Aber da ich das Spiel kenne und dem Spiel nicht traue. Warte ich noch, bis ein bisschen mehr da ist. In der Zeit mache ich mal schnell ein bisschen Laub. Machen wir mal ein bisschen Laub. Wir brauchen See. Oh, und schon ging die Schere kaputt. Das Laub brauchen wir sowieso. Von daher machen wir es gleich. Ich hänge. Machen wir aber wieder nur das Mittlere. Oh, schon die nächste Schere kaputt. Das sind zwei Sachen, die ich auf jeden Fall in der Aufnahme noch fertig schaffen will, in der heutigen Aufnahme. Bis ich die Pause mache. Also halt nicht nur bis ich die Pause mache, sondern bis ich, ähm, sag ich, ich nehme jetzt, das reicht für die heutige Aufnahme. Weil ich dann auch einfach mal ein bisschen entspannen muss danach, weil das ist, ähm, ich hab's anfangs gemerkt, vor allem reden, vor allem versuchen einigermaßen, kein Schwachsinn zu reden. Wer, wer, wer vielleicht von Anfang an meine ersten Videos kennt, ähm, wer meine ersten Videos kennt, ich hab oft nicht viel geredet oder oft Schwachsinn von mir gegeben und dann mal irgendwas, mal total den Faden verloren, wenn irgendwas war. Das ist mittlerweile schon ein bisschen, hat sich's gebessert. Ich kann reden und gleichzeitig was anderes machen. Bin ich jetzt eine Frau geworden? Bin ich jetzt eine Frau geworden? Hat mich, hat mich meine Let's Plays, äh, Frau werden lassen. Und natürlich war klar, dass wir hier natürlich wieder Inventar voll haben werden. Aber dem können wir gleich ein bisschen Abhilfe schaffen. Wir gehen gleich mal rein und tun das Laub zumindest ein bisschen. Zurück legen. Ein bisschen in die Truhe. Zack. In das Laubtumor rein. Die Setzlinge hebe ich auf. Die braucht man sowieso. Die Fackel, das sch... Die fehlt da nicht. Kommt da rein. Ähm... Äh, so. Man dachte, warum verschwindet das nicht? Die Feder hier, die eine Wolle auch hier. Ach, den Zaun können wir auch wegtun. Ach, da hab ich auch noch. Noch ein bisschen. Okay, gehen wir nochmal raus. Sammeln nochmal ein. Dann lass ich's unangepflanzt, dass ich schön mal wieder abbauen kann alles. Unangepflanzt, die Schere können wir auch wieder zurücklegen. Irgendwo ich sag, wir haben auch nicht mehr wirklich Scheren. Sammeln mal kurz wieder ein. Ich will nicht, dass irgendwas despaunt. So mit unserer Baumfarm anfangs hat eigentlich wirklich gut geklappt, wenn ich denke. Wir... Die Bäume... Ihr wisst ja da, wo mein Dorf ist. Wisst ihr ja ungefähr, wo mein Dorf ist. Ist ja recht weit weg. Da waren die ersten Bäume. So auf der... Auf der Länge. Da war ein kleines Waldstückchen. Und dann hat uns die Baumfarm hier schon wirklich viel von Anfang an eigentlich besorgt. An Bäumen und an Holz. Die hat uns wirklich anfangs, wenn man das Haus so sieht, da ist ja, steckt ja auch viel Holz drin. Vor allem viel Baumstämme auch mit außen. Und auch Alge an sich. Viel Holz hier anfangs schon verbaut worden. Und dann hat uns die wirklich lange über Wasser gehalten und den Arsch gerettet. Weil wir hatten ja wirklich nicht so den Holzüberfluss... Äh... Überfluss... Äh... Den Holz... Mega... Ich weiß nicht, wie ich aussagen sollte. Holzmangel hatten wir ja ziemlich lange. Mussten wir ja oft warten, bis die Bäume fertig sind, dass wir wieder irgendwie was machen können. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich hier dann auch Glasscheibe. Ähm... Bis wir überhaupt irgendwas machen konnten. Ich habe jetzt einen Entschluss getroffen. Wir lassen uns alle sterben. Ich weiß noch, hier sind nochmal Wölfe gespawnt und die haben die ganzen Hühner gekillt. Ne, ja doch Wölfe, die das ist, oder? Auf jeden Fall ist was gespawnt und es hat Hühner gefressen und... Ob es ein Bär war, Bären greifen ja auch Tiere an. Weiß ich nicht, ich glaube, waren Wölfe oder... Was ist ein Wölfe oder was ein Speer, der hier gespawnt hat, ist? Ist nicht hat. Ähm... Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist hier was gespawnt, was uns alles, wirklich alles hier getötet hatte. Aber wisst ihr was, wir machen hier außenrum ums Feld und da vorne auch aufs Glas. Das ist wenigstens alles einheitlich. Und dann, glaube ich, muss immer ein wenig Sand brennen. Danach. Nee, nee. Nein. Backst du in der Scheibe? Das weiß ich nicht. Die Hühner, ich wollte ja auch mal eine automatische Eierfarm bauen, weil ich ja wirklich kaum Eier habe. Ich habe wirklich die Eier, die ich jetzt hier wieder habe, brauche ich eigentlich hier wieder komplett zum Neumachen von... Es wird schon wieder Nacht. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Zum Neu-Machen, zum Neu-Auffüllen des Hühnerstalls. Stall heißt das, aber ist ein Stall nicht überdeckt? Ist ein Stall nicht überdacht? Schon, oder? Stall ist überdacht. Hoffentlich kann ich es kennen, weil da ein Monster ist. Ja, kann ich. Ein Stall ist doch überdacht, oder? Also, das ist auch kein Stall. Was ist es denn dann? Ach, der ist irgendwo in der Höhle. Liegt das an mir, oder warum despaunt hier das Zeug immer so schnell zur Zeit? Ich glaube, das liegt an mir. Na, dann setzen wir mal wieder Bäumchen an. Ich habe eigentlich gehofft, dass wenn ich jetzt hier nochmal durchlaufen und ein bisschen einsammeln kann, hier oben steht ja wirklich nichts mehr. Ein, zwei Sachen noch. Was sich aber langsam, aber sicher auch auflösen wird. Geht's mal dann in den Stall. Hier unser Fällchen ist natürlich auch schon wieder ein bisschen angefressen worden. Wer frisst nur unser Fällchen an? So. Jetzt haben wir ja schon halb sieben. Um vier Uhr und einundvierzig habe ich angefangen, um genau zu sein, mit der Aufnahme. Um vier Uhr einundvierzig habe ich die Aufnahme gestartet. Habe ich es ja auch gesagt. Jetzt haben wir halb sieben. Ich bin gerade erschrocken. Ich habe ja so Zeichen. Das hättet ihr sehen sollen. Ich, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, dann hier. Ich habe Zeitschaltuhr und an meinen Weihnachtssachen. Also, wir haben jetzt, es ist eigentlich alles weg, bis auf die eine weiße Kugel. Und die eine weiße Kugel ging gerade an. Ich bin zusammengezockt, aber ohne Ende, hey. Ich bin gerade echt extrem zusammengezockt. Hier kann man dann, na doch, man könnte hier drauf springen und dann reinwerfen. Ja, das geht auch. Wird es halt ein bisschen moderner hier. Glas ist ja irgendwie modern, Holz ist ein bisschen älter. Also, ich muss auch so ehrlich sagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf.